Das ist meine Waffe. Kein Zweifel und ich leugne es nicht. Sie haben sie am Tatort gefunden, kurz nach dem Attentat. Ist das richtig? Sie befindet sich seitdem im Besitz des FBI und wurde nicht manipuliert? Nein, das wurde sie nicht. Wurde sie abgefeuert? Das hätte nichts gebracht. Die Kugel war bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Aber metallurgisch war sie vollkommen identisch. Richtig. Meine Munition und mein Gewehr. Special Agent Memphis. Glauben Sie, ich habe den Erzbischof erschossen? Nein, nein, tue ich nicht. Glauben Sie, irgendwelche Beweise? Nein. Vertrauen Sie mir? Ja. Vertrauen Sie mir wirklich? Ja. Mit Ihrem Leben? Ja. Gut. Was zum Hinkertus? Nehmen Sie die Waffe runter. Wenn sie auf 600 genutzt ist, sollten Sie tiefer ziehen. Macht auf die Entfernung keinen Unterschied. Was einen Unterschied macht, ist, ob ich verrückt bin oder nicht. Könnte ich den ganzen Tag machen.